Außensiedler! Außensiedler! Ich siedle mal jetzt da rein! Uh, von der Rebell! Von der Reissiedler, ich glaub's ja nicht! Außensiedler! Die sind da draußen, ja uh! Du meinst da mit Bayern, oder was? Wann? Mit den Außensiedlern! Die Außensiedler! Kennst du's nicht? Erst gab's die Siedler 2, die Siedler 3, dann gab's die Außensiedler, das war Saturn! Ja, absolut! Guck mal kurz, Afgha! Ja, ich bin ja auch Eisteo hin! Denn jetzt gibt's die Reinsiedler, sowas wie die Sims, nur mit weniger Infos! Ähm... Ähm... Kuh? Ja? Du hast mich eben durch die Mauer getroffen? Ey, seid ihr schon drauf? 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 Nein! Ja, kannst du denn nochmal starten, oder was? Nein! Ja, ja, ich wollte nur gucken, bevor wir jetzt alle irgendwie draufhauen, ob wir die Waffen verteilt sind. Äh... Na super, warum teune ich jetzt nach? Weil du doof bist! Ey, da angemacht hab ich übrigens die Nigma-Codes auf so irgendeinem Schiffriergerät... Ich bin ja schon froh, dass ich kein Internet mehr zum Einwählen habe. Ich auch nicht, ich bin ungefähr seit 20 Jahren nicht mehr. Warte, ich bin alt! Sind alle da? Tja, also ich... Ihr ist doch ruhig! Ich bin alle... Das ist doch auch mal ganz angenehm. Das ist doch mal was für Scharfschützengewehre. Ich mag keine Riefeln. Ich tu einfach mal die Aufnahme starten und das Beste, coole, tu ich dann rausgucken. Die hier oben stehen, die sind gerade weg. Ey, warte mal, war das nicht da, wo der schon ruf kam von wegen, äh, ich hab ne Bibel in der Hand? Ne? Anstatt ne Diegel? Ich hab ne Bibel in der Hand, ich bin Katholik! Ich hab ne Bibel in der Hand, ich bin Katholik! Denn Katholik, haben sie lieb! Ja, ja! Geh weg, geh weg, geh weg! Ich schubs mir langsam! Ja, und hast mir einen Schaden verursacht, danke! Sie ist Trader, sie ist Trader, sie macht Schaden, sie ist Trader! Die schießt ja gleich mit dem Fuß! Ich komm nach! Ah, mach schon selber, okay! Äh, meine Einstellungsfrage haben wir gerade. Einer, zwei Trader. Drei, sieben... Wieso machst du das Brett hier weg? Re... Hast du gar nicht fast da hochgekommen? Hast du Lack gesoffen? Läuft doch das gerade bei dir? Läuft doch das gerade bei dir? Boah, Alter! Das ist doch feide Kinder, ne? Wolligen Pfeffer mit Eis hier oben! Das ist wohl geil, ja! Lach aber, das ist geil! Wie so ein Psychopath hier von Assics und Obelix in Britannien, Alter! Ja, ja, das ist auch so! Alle da? So, jetzt sind wir alle da! So, jetzt können wir... Ja! Das ist schön! Woll! Entschuldigung! Alter! Aber... Sag mal die Kreis sehen, das ist ehrlich zu vermitteln! Ey, Nuka, ich hab keinen neun Schüsse an dir vorbeigesemmeln! Du hast nicht ein Ton gesagt! Ah, jetzt geht's los! Also Probe! Ja, so Probe, wir haben jetzt nur noch zwei Runden auf der Map! So... Okay! Dann machen wir jetzt noch mal kurz ne Ballerei und dann können wir nochmal Map raussuchen! Okay! Also jetzt noch mal spielen oder einfach gegen das Spiel? Ne, einfach abknallen! Alles klar! In zwei Runden noch geht die Map! Ja, alles klar! Geht da oben! Der Tyring bringt das nicht! Sag mal Tobi, der hat angefangen! Nein! Alter! Ja, ich hab eigentlich ein Auto, ey! Oh! Aua, 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 aua! Was? Komm, 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 komm! Diese scheiß Hühner, ey! Wie dem hier's im Boden liegt! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! 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 Aber ja! Aber ja! Ab die Fresse! Na, tu das roh! Ach, mach doch, mach für an, hey! Alle sollen sich abknallen und die beiden spielen verstecken! Ja, mach doch mal stehen! Ja, ruhig mal, ne! Na toll! Nuka! Ja! Ich wüsste, wo sie geht! Ah! Ah, ich hänge fest! Ah, scheiße! Ich bin hier... Oder mal Erolo rum? Ich bin voll Pro, ey! Wir sind voll Pro, ey! Ich bin Pro... Ultra, Ultra! Wir beobachten einen Nuka in freier Wildbahn! Leute wir haben nur noch 2 Runden, lass uns schnell abknallen! Ja, was ist denn? BAS! 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 Wie soll ich euch denn abknallen, wenn ihr dauernd rumläuft? Echt? Was ist denn da wir, wir warten seit 10 Stunden? Wer ist denn vor mir weggelaufen? Ach, Abzeichen. Und irgendein Handy ist wieder zu nah am Mikro. Alle gucken nur auf die Handys und denken sich, nein, das geht nicht. So, ja, alle gegenseitig killen, okay. Ja, wieder, so ganz schnell. Wie wäre es, wenn die alle hier stehen bleiben, wenn der Träger uns einfach die Selbstmordbombe sind? Der Computer sagt nein. Pah, sehr witzig. Ey, was soll das? Was soll das? Ey, hier lagen doch noch gerade Waffen, Alter. Ja, die spawnen da und woanders hier, die Scheißdinger. Scheiße, wie sind die Waffen, ey? Kurzer Prozess hier. Ihhh, 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 ihhh. Boah, ist ja eh kein Waffe. Warte, ich komme. Die Bahn kommt. Bopi, warte. Bopi, warte. Bopi, warte. Bopi, warte. Warte, jetzt ist Bopomutu mutig, gleich nicht mehr. Hehehehe. Uuuuh. Uuuuh. Langweilig. Nerven, Nervenzusammenbrüche sind schon da. Mh. So, jetzt aber. So, jetzt aber, aber jetzt wieder richtig spielen. Ein bisschen ernsthaft. Alles noch... Hicke. Der Nocturrat raus. Luka, kannst du, kannst du... Ich muss dein Klang. Hicke drüber kommen. Ja, ich... Moment, 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 Moment. Uuuuh. Du, 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 du. Dankeschön. Er sagt aber auch nix, ne? Was wär? Ja, ja. Entschö, ich... Ich kann das langweilig gar nicht deuten und vergesse... Oh, den muss man ja einladen. Ich hab doch was gesagt. Hä? Echt? Hab ich nicht mitgesprächt. Das geht alles unter, wenn so viele Leute sind. Ja. Also ich höre ihn ständig sagen, war ich nicht. Hehehehe. Mach's nicht. Pern. Moment. Gib mich. Oh, was ist das denn? Ich kenn die gar nicht mehr. Ach, warte mal. Ah, das Ding ist doch. Kennt ihr die eine Folge, ähm, South Park Folge, ne? Doch, doch. Du kennst die. Sie haben Kenny getötet, die Schweine. Mit dem, wo der, äh, Timmy, äh, eine Band hat. Das war jetzt die Einleitung. Und, ähm, einer aus der Band sagt, ja, unser Front-Sänger, der ist richtig gut, ne? Und dann ist das dieser Timmy und der sagt nur, Timmy! Da ist der Band. Hat der Band? Das ist so geil. Du bist so bescheuert. Und alle Kragen haben das. Und da ist so ein Kimmy! Und alles so super, oh so geil! Scheiß drauf. Willkommen zurück zu TTT. Hab dir aber zugehört? Egal. Oh Gott. Die müssen sich denken, die sind auf Drohungen. Überreden Endlich eine vernünftige Bumme Inno kann er damit erschießen Ich bin auch Inno Er ist es, erschießt ihn, erschießt Uho Ich bin in deinem Haus mit dem Essen Hallo Tobi, geh weg Kacke Geh in die Kacke? Geh in die Kacke? Ich häng fest, ich häng fest Tür auf, danke Ich hab gehört, geh in die Kacke, aber Geh in die Kacke Was war das? Ich hab'n Fass erschossen Geh in die Kacke Oh nicht Werdest du erschossen? Ich werde mich an Rukos Arsch kleben Ach was... Ich werde mich an Viraco kleben Nein Geh, 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 geh Luca Verhasst mich die Nichtverständlichkeiten immer Das ist ja... Hallo? Ich werde jetzt Ja, ich werde dir hinterherlaufen Geh weg Mia, warum? Ja, schon wieder weg Weil ich dich gern hab Hey, ah, ja Schön, dass du so an der Hängst Oh, süß, süß Ich habe gerade, äh, etwas sterben gehört Ich, äh, siehste Und ich war's nicht Aha Den Schwan Ja, wie rechte war's nicht Der Schwan Komm, wir suchen den mal Aha Ich glaub, ich bin gleich tot Die Leiche Hier für die Raver, das war hier Hier bin ich schon mal draufgegangen, lieber nicht Oh Hier bin ich schon mal draufgegangen, aha Es explodiert ja Ich höre eine M16 schießen Könnt ihr mir mal sagen, wo ihr überhaupt seid? Ich bin in einem Häuschen Ich bin, äh Und mit der Axel übrigens Hallo Absolut unwichtig Ich hab gehört, da gibt's palettenweise Ja Die liegen über Tote Juri, warum bist du hört? Weil ich da runtergefallen bin Weil ich da runtergefallen bin Okay Warte mal Dann lass ich mal so stehen Wie ist Innocent? Die andere Leiche? Welche andere Leiche? Trader Äh, Tobi oder Trader? Tobi Ja Boah, hab ich Glück gehabt Ach natürlich So Roku, äh Wenn du mich siehst Ich schieße direkt auf dich Was? Warum denn? Äh Prophylaxe Okay, Roku Äh, Tui Dementsprechend wenn ich dich sehe Warum hast du mich auf mich geschossen grad? Weil du von was nix gekommen bist Ach letztend Hast du auch so tolle Reflexe wie Nuka? Ja LOL Scheiße Sehr gut Ich hab's gesehen Was war das denn jetzt für ne Aussage? Hast du Reflexe wie Nuka? Klatsch Ja weißt du was? Ich habe zwei Fragen Ja Warum? Und wer? Ja, genau Wer? Würde mich auch interessieren Wer war denn jetzt? Wer hat mich getötet? Ich Ja Wer ist ich? Ich, Tui Ah Tui Okay Tui und wer noch? Ich hab Tui abgeknallt Äh, hä? Warte mal Wie? Du hast dich selbst abgewaltt? Tui Alles klar Ich hab nur einen diesmal? Achso Okay, ja gut Was? Ne, ich gab zwei Er hat mich ertötet Er hat mich ertötet Er hat mich ertötet Oh mein Gott Oh mein Gott Warum falle ich überall runter? Oh mein Gott Oh mein Gott Ähm, wo steckt hier die Party? Bei Noctura Der hat sich gerade wieder selbst erledigt Wer darf nicht so laut Musik hören? Wer hat sich selbst erledigt? Ich glaube Noctura hat sich gerade selbst getötet Warum? Mit seiner eigenen Bombe? Ja Äh, echt? Jaja Aber ich fing sie weiter Ah, Alter Nein, er ist nicht tot Er ballert auf mich Fischer, der Herz ist tot Nein, nein, nein Entschuldig Na klar Ich hab keine Worte Könnt ihr mal aufhören? Äh, das treff ich nicht Das wird gesteuert Oh, Spiegel Ich bin jetzt nicht da gleich über irgendeinen Traitor-Shop Ich bin nicht da, ich bin nicht da Äh 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 Ich hab nur das Ding hier also Ja Wie geht weiter? Ich hab keinen Traitor gehört Das hätt ich schon längst nicht angegriffen Scheiße Ja, zu ist das Oh Ähm Take you down the move 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 Ja, irgendwie bewegt er sich nicht, ne? Keine Enttäusch Hehehe 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 Aber der hat nicht getanzt, oder? Du hast getanzt Hab ich getanzt? Ja, du hast den Zwiller gemacht Ja, ok Schade, dass ich das nicht sehe Das ist kacke gemacht Ich würd das auch gern sehen Das ist so tanze Das finde ich richtig cool Das ist ne geile Art zu sterben Auf jeden Fall Hehehe 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 Je foreigner Hehehe Richtig geil Wieso tut ihr euch denn gegenseitig einfach umliegen, ey? Wahrscheinlich, weil das das Spiel so will. Luca, das verstehst du nicht. Das ist so ein Männerding. Wir hassen uns länderlich. Aber ich hab ihn wieder aufgehoben, weil ich ihn nicht hatte. Wen hab ich denn da erschossen? Ich hab noch Flura und Viraxu erschossen, weil die gegeneinander sich abgeschossen haben. Und da hab ich gesagt, oh, ich freu mich als Dritter. Toll, danke. Schön durch meine C4. Bumm! Ich hab ihm so beim Tanzen zugeschaut. Sah gut aus. Tja, hat er auch zugeschaut. Er hat die Moves. Er hat die Moves. Kann er. Aber der Viraxu wollte eiskalt nicht drauf. Ihr konntet es, gekonnt es, dann schließe ich. Ich hab das nicht. 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 Mann, 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 Mann. Das war gerade ein cooler Soundeffekt. Könnt ihr das nochmal machen? Welchen? Ich weiß nicht genau, wie ihr das gemacht habt, aber... Du hörst es nicht geil an. Ich hab aber in mich reingerülpst, aber ich glaub ich, dass du doch meinst. Das war das Soundeffekt. Aber übergib dich. Ich weiß nicht, was ihr für Vorlieben habt. Ich bin da. Ich möchte da nichts Falsches jetzt bauen. Mal den reingerülpsen. Hey, Luca. Oh mein Gott. Ja, reingerülpsen. Ja, reingerülpsen. Ja. Was ist denn lecker? Nein, Thomas. Was ist denn jetzt schon wieder? Okay. Ich hab Thomas gesehen. Egal, wer hinter diesem Haus nichts vorläuft, hat das schon... Ist das klar? Ah, wieso kann ich da jetzt nicht runter? Das ist schon nicht. Ja, weil es brennt. So, hier kannst du raus. Aua. Wo ging denn die Party ab hier? Habe ich ja beschwört. Tobi, ist es? Party! Was? Tobi, ist es? Nein. Hundertprozentig. Ich bin unschuldig. Alter, du hast grad den Thomas auf ihn geschmissen, Alter. Wie unschuldig willst du sein? Ich war das nicht. Ich guck dir die ganze Zeit zu. Ich guck dir die ganze Zeit zu. Das war der neben mir. Ich guck dir die ganze Zeit zu. Tust du nicht? Tust du nicht? Tust du nicht? Tust du nicht? Ist er tot? Ach, f*** doch die... Henne. Hö, 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 Hö. Du f***n Sack, aber Henne zensiert auf sich selber. Das ist auch geil. Ah, Psyko, du machst mich nervöse. Nervöse? Du machst mich voll Mayonnaise. Nervöse. Lebt Roku noch oder ist er schon tot? Ja, wurde Tobi abgeknallt? Roku sagt nichts. Oh, der verwandt. Ja, Roku ist tot. Juhu! Das merkt man irgendwie gar nicht so wirklich immer, ne? Nee, irgendwie nicht. Oder er ist es und sagt so, oh, ich sitze jetzt hier in meiner Ecke. Nee, da ist er nicht, da oben. Da hab ich grad schon kontrolliert. Und, äh, such'n Klo. Jaja. Roku kackt doch immer auf'n Dachboden da oben. Ah, so. Wieso hab ich jetzt das Gefühl, dass du es bist? Ich find's nicht. Weil jeder Tür da bisher ehrlich zu uns war. Ja, genau. Wer hat da gerade so geatmet wie das, äh, Vader? Ja, ja. Ich bin Chewie mit Lisp-Befehler. Was waren das für Geräusche? Was war denn das für Geräusche? Ist ja wahnsinnig. Oh, warte mal, hier bin ich dann Toter. Oh, wer ist das? Noctura. Oh. Und ist sogar unschuldig gewesen. Wo ist, und wo ist Roku? Den hab ich noch nicht gefunden. Die alte verwesende Leiche? Auf seinen Dochtboden kack aus ist er nicht. Auf den Dochtboden. Dachboden. Dachboden. Auf seinen Dochtboden. Dachboden. 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 Unser Sachs. Doch. Ich bin Sachse aber Niedersachse. Hör zu viel Zeit, du bist also nicht. Ja, ja. Du, eh, genug gescherzt. Ich geh gleich drauf, wenn ich weiter hier... Das ist voll der Unterschied, ich bin Sachse, Niedersachse. Das ist fast so gut wie, ich bin Bond, James Bond. Genau. Ich bin blond. Er hat wenigstens noch nicht Sachsen-Paule, ne? Was hast du da? Och, das lebt der noch? Ach, der lebt noch. Aaaaaach, der lebt. Boah, der ist so peinlich gewesen. Ich hab mich da reingezogen. Ah, das geht gar nicht. Ich hab mich grad erschreckt. Alter. Auf einmal flieh ich doch vom Dach. Sagst du ein Paule? Ach, das kann ich bauen. Hey, verbüpf, ich komme. Ist das geil. Ja, ja, ich hilf's noch. Ich hilf's noch. Mach, mach, los, los. Fester, fester. Oh, Mandy, mach mir jeder. Mach Kevin nichts. Wer lebt denn jetzt noch? Alter, ich bin noch am Leben. Ich auch. Na lange lebt noch. Schieb's dir dein Kadaver wieder auf die Straße. Hallo? Ich schieße auf die Fässer, ja? Ja. Alter. Wo ist er hin? Boah. So, also Psycho-Dead war der Erste. Ja. Konfirm. Der war Trader? Ja. Okay. Ist auch konfirmt gerade. Ähm, auf dem Weg in die U-Bahn runter liegt ne Leiche von... Genau. Kann die mal eh nur nachgucken? Kann die mal eh nur nachgucken? Und etwa einer der noch lebt. Ich lebe. Ich auch. Und stehe auf dem großen Dach. Oh, ist ja nicht mehr lang. Nö, ist nicht mehr lang. Läuft. Das können wir aussitzen. Ich hab die Straße im Blick. Das ist gut. Boah. Alter. Du bist im Nahtunverhalt. Du überlebst das. Ich dachte so, wir sind ja auch im Dach. Kacke, echt. Ähm, eine Frage. Habt ihr auch dieses Knistern? Ab und zu. Was für'n Knistern? Na, warte. Jetzt knistert der bestimmt mit dem Papier so. Hört ihr das? Alter, wie Luca wieder einen Abgang gemacht hat, ey. Oh Gott. Alter, wie war's so? Wer ist denn hier vom Dach geflogen bei mir? Luca. Warst du Trader? Nein. Warum stehst du so gern behindert hin? Weil ich jetzt gedacht hab, wer steht denn da auf dem Dach? Und dann war schon vorbei. Frag doch einfach, wer steht da und guckt mich nicht an mit der Taschenlampe auf der Flinze. Was soll ich denn da denken? Ach, die würde mit einem Weg tragen oder was? Ja, ich würde nicht reden, wenn ich die Taschenlampe aus hab, oder was? Wer war das grad hinter der Tür? Niemand. Ich war das. Glaube ich. Ich steh da auf dem Dach. Guck nach links. Ich hab nicht auf den Namen geachtet. Ja doch, ne doch nicht. Roku ist da. Tobi läuft mir hinterher, Tobi läuft mir hinterher. Tobi läuft mir hinterher. Hallo Roku. Nein. Dann geh ich halt. Ja, toll. Für mich bleibt das bloß der Müll wieder. Dankeschön. Hättest du auch aufnehmen können. Das bleibt mir immer vor. Du standst aber näher dran. Du bist drübergelaufen. Bin ich nicht. Uuuh. Hallo der Süße. Und wenn dann war ich schon voll. Nein, 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 nein. Ich will den B hinten an. Alter. Tobi. Ja geh weg. Was macht ihr? Aua. Jetzt aber. Alter, Falte. Oh mein Gott. Tobi. Warum lässt du mir hinterher? Man, man. Tue ich gar nicht. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich doch nicht. Ne, ne, ich nicht. Habt ihr gehört? Chewie? Chewie hat versucht mich zu töten. Lebt er noch? He's in Chewie. Ne, der lebt nicht mehr. Aber, äh. Ich hab's. Wow! Oh bo 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 bo. Treffen die einen denn bitte? Ähm. Ich war mal. Ich hab Nuka gemacht. Ich hab Nuka gemacht. Nuka ist tot. Nuka noch was weiter. Okay. Nuka. Nuka, du bist tot, nicht husten. Nuka. Nuka, du bist tot, nicht husten. Ernsthaft? Ich bin auch noch im Leben. Boah, Ruku ey. Ist bestimmt Ruku. Ich hab Nuka gemacht. Da hat er recht. Ja, okay, dann bist du jetzt ausnahmsweise. Ich steh übrigens gerade hier mit Tobi. Äh, wenn ich tot bin, dann war's Tobi. Ja. Ich hab überlegt, ob ich dir vertrauen soll oder nicht. Ich hab Nuka gemacht. Ja, beim letzten Mal ging das aber schief, dass ich dir vertraut hab. Ich hab aber Nuka gemacht. Kannst du mir sagen, wo Nukas gleiche ist? Nein. Weil da sind Tobi und ich gerade. Ah, okay. Und ich trau dir nicht. Dann kannst du mir absolut vertrauen. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin aber kein Trader. Ja, ich glaub, diesmal bist du es wirklich nicht. Und dementsprechend muss es Tobi sein. Nein. Dann wär Ruku schon tot. Ja, das glaub ich auch. Ich hab mich super angeschlichen. Hm. Okay. Aber ich trenne mich jetzt trotzdem von ihm. Nein. Bitte? Nein. Ich bin nicht allein. Ah! Ich bin nicht! Ruku hat aber mich geschossen. Ist klar. Ich bin nicht. Danke. Hallo? Idiot. So toll. Okay. Okay. Obie? Obie? Nein. Wo bist du denn? Auf dem Map? Ja, das denk ich mir, aber wo denn? Wir sind im Himmel. Ich glaub der Roku, der spielt mit uns. Der ist auf jeden Fall noch am Leben. Er ist irgendwo hier und ich wär vorsichtig. Entsprechend sag mir einfach wo du bist und dann können wir zusammen gegen ihn vorgehen. Nein. Okay. Die Zeit läuft. Okay. Ja. 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 Ich geh mal weg. Ja. 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 Du musst sprechen! Hm? Du musst sprechen! Tu die Schnauze halten! Oh, Wasser die Scheiße! Die Hunden sind aber irgendwie viel zu schnell vorbei, kann das? Wo? Da!